Ich bin Jean Fréon und habe mein Unternehmen vor 50 Jahren gegründet. Heute umfasst der Fuhrpark rund 200 modernste Maschinen. Ich heiße Jacques Egoré, ich leite den landwirtschaftlichen Betrieb innerhalb des Unternehmensfonds Jean Fréon. Wir bewirtschaften rund 550 Hektar Getreideland und 300 Hektar Weideland für die Milchkühe. Mit 18 habe ich den Betrieb gegründet, also arbeite ich schon seit 50 Jahren. Die erste Investition war ein Mofa und eine Motorsäge, auf Kredit gekauft. Die Zeiten waren schwer damals, später kam ein Traktor hinzu. Der Händler hat mir seinerzeit vertraut und es ist heute noch immer derselbe. Ich stehe um 7 Uhr auf. Gegen 8 treffe ich mich mit den Jungs auf dem Hof, um den Arbeitsplan für den jeweiligen Tag durchzugehen. Das ist immer von der Jahreszeit abhängig. Seen, Ernten, Pflügen, die klassische Arbeit eines Getreidebauern eben. Ich schlafe nicht viel, stehe morgens früh auf und gehe sehr spät ins Bett. Ich bin viel unterwegs, 150.000 Kilometer im Jahr, überall in Frankreich. Aber das hängt natürlich von den Kunden ab. Es beginnt beim Mähen von Straßen und Autobahnrändern, Arbeiten in Parks, auf Militärgelände, dann noch die Bahnstrecken der französischen Eisenbahn SNCF. Die Arbeiten im Wald, Bodenbearbeitung, Wurzelrodung, all das sind unsere Kompetenzen. Ich stehe auf und denke an meine Arbeit. Ich bin glücklich und mag meinen Beruf. Ich habe mir diesen Jahr ausgesucht und deshalb glaube ich, gefällt es mir auch morgens aus dem Haus zu gehen. Ich arbeite in einer Arbeitsatmosphäre, die mir gefällt. Gute Arbeit bedeutet gut gemachte Arbeit, also qualitativ hochwertig. Da habe ich einen sehr hohen Anspruch. Wenn du einen Kunden enttäuschst, ruf den nicht mehr an. Er geht zur Konkurrenz. Gute Arbeit ist eine gute Erntemenge. Die entscheidet darüber, ob es ein gutes Jahr war. Das funktioniert leider nicht immer, denn wir sind abhängig vom Wetter. Jacques-Ygore ist der Chef des landwirtschaftlichen Betriebes und ich bin der Chef des gesamten Unternehmens. Ganz einfach. Wir sind seelenverwandt. Wir haben immer die gleichen Ideen. Jacques ist ein pingeliger Kerl und liebt akkurate Arbeit sehr. Das passt perfekt zu mir. Ich bin genauso.